Hallihallo, Hallöchen, wir spielen wieder LS17 Landwirtschaft Simulator 2017 auf der Gold Quest Dueli, auf der Konsole, auf der Playstation 4 Pro. Wir sind noch bei den letzten Ernten, sagt man das so, wir ernten noch die letzten Felder ab. Eines mit Mais und Rest haben wir noch Sojabohnen, das ist auch schon ein Dröscher dran. Ich glaube, der hängt gerade fest, weil mein Überladewagen im Weg steht. So, kann er gleich überladen, dann fahre ich den Traktor aus dem Weg. Wir holen noch das andere Schneidwerk. Genau, das andere Schneidwerk steht nämlich noch auf der anderen Seite, aber der mit dem Mais ist natürlich auch gleich mal fertig. Und dann kann er da helfen, hier das Feld abernten. Ich glaube, ich wollte mal die Felder hier zusammenhängen. Ich glaube, da war mal so eine Idee von mir, habe ich gar nicht gemacht. Sehr schön. Hat das auch geklappt. Hier fehlt mir irgendwie so eine Auffahrt für das Feld. Da ist irgendwas schiefgegangen, glaube ich. Aber jetzt spielen wir schon über 200 Folgen, jetzt müssen wir uns da auch nicht mehr aufregen. Jetzt kommt dann bald LS 19. Das ist die Karte, was ich von Anfang an spiele hier. Und es gibt immer was zu tun, wie ich so schön sage. Das ist ja noch gar nicht langweilig geworden hier. Aber wir haben uns auch alles selber hier erarbeitet auf der Karte. Warte mal, vergessen hier die richtigen Lichter anzumachen. So, wir sind schneller wie alle Autos. Wir haben Stress. Wir sind in Erntezeit. Wir sind in der Erntezeit. Ist er mir glatt abgesoffen. Ich kann mich aus Mainzumachen. Also, ich bin wieder geiler. ok passt alles rein oder passt nicht alles rein das ist hier die frage wir lassen die mal weiter laufen da habe ich eigentlich noch ein lkw die muss ich noch zum hof bringen so so die felder sind fast zu klein damit wir damit überladewagen fahren müssen natürlich auch sonst zwei auf dem gleichen feld zu laufen da war das bis jetzt immer ganz praktisch aber hier ok vielleicht gehen wir doch mal hin gut das sollte erst mal reichen bis zum schluss müssen wir den nicht mehr abbunkern bis er da fertig ist so müssen wir andere hat auch noch nicht allzu viel drin als ihr seht es kommt gar nicht so viel zusammen hier noch aber ein bisschen wenn man natürlich noch mitnehmen wir können mal noch schauen was eigentlich die preise sagen die preise sagen ui 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 recht viel so viel gemacht weiß und soja haben wir nicht kartoffeln ich weiß auch nicht wo ich sonst kartoffeln einladen kann zuckerrüben und zuckerrohr haben wir zuckerrohr haben wir sowieso nicht gülle haben wir in 60.000 liter so 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 Frauen machen heutzutage auch alles, jetzt haben wir da schon welche, die fahren da Mähdröscher. Falsch lang, ich muss den anderen Dröscher finden, genau. So, das bunkern wir noch ab und dann kann der nämlich auch hier mitmachen beim Sojabohnen ernten, dann haben wir noch drei Felder, dann sind wir da durch, dann ist quasi das Spiel fertig, dann machen wir nichts mehr, na Quatsch, dann kommt irgendwann der Winter, genau, wir haben ja noch, wir haben ja noch Pappeln, ich weiß gar nicht, sind die auch schon reif oder noch nicht. Pappeln können wir denn im Winter eigentlich ernten vielleicht, wenn nicht so viel Schnee so mein kleiner, oh der andere ist ja schon gleich mal fertig. Okay. 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 So, es geht los. Er ist irgendwie genauso schnell wie ich, das ist komisch. Okay. 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 so. So, es ist geschickt, wenn wir dann, ich sage, wir mal hier mal einen Misthaufen. Und dann sind wir hier mal den Mistgenäufer gestreut. Und dann sind wir hier dann einfach mal hier aufgeladen. Das vergesse ich immer, damit der dort da liegt. rückwärts geht er ja richtig schnell vorwärts nicht falsche taste das wird so cool gewesen jetzt hat er mich doch noch überholt das schaffen wir noch vielleicht kriegen wir noch wahrscheinlich fahren wir zusammen und dann sind beide kaputt mitten in der erntezeit das ist genau das was ich brauche nicht nicht nur Ja genau, der denkt er ist fertig. Okay, gleich haben sie es geschafft. Oh, der andere ist am wenden. Jetzt komme ich. Oh, jetzt fehlt da sogar noch ein Stückchen. So. Nicht, damit sie immer sich gegenseitig behindern. So, dann werde ich den da noch abbunkern. Den anderen muss ich auch wieder rüber nehmen, Traktor. Ich weiß nicht, ob der ausreicht zum Abfahren. So. 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 jetzt ist es endlich aufgegangen. hat geklemmt. so. So. roger roger roger. roger roger. roger roger. Ich würde sagen, ich mache da noch weiter. Ich bedanke mich fürs zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein like da. und wenn ihr keine weiteren folgen verpassen wollt, die glocke aktivieren. Und ansonsten weiterhin viel spaß auf meinem kanal. macht's gut, bis denn dann. Ciao, ciao.